Hey, hier spricht Marshal Bailey. Beweg deinen Arsch zur Front. Der Angriff beginnt gleich. Woher das Interesse an der kleinen Hexe? Sie ist mir eigentlich egal. Ich helfe nur einem alten Freund. Du bist verändert. Warum hilfst du dann dem Pöbel? Der Pöbel und ich sitzen im gleichen Boot. Warum haben Idioten wie du so viel Macht? Der Pöbel und ich sitze mit dem Pöbel. Der Pöbel und ich sitze mit dem Pöbel. Heute werden wir siegen. Ein großer, neuer Champion kämpft mit uns. Zusammen werden wir sie zerwinken. Ja! 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 Das war's für heute. 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 Dillian, willst du vollenden, was hätt nicht gelang. Ich bekämpfe nicht dich. Oh, jetzt schon. Das war's für heute. 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 Diese Welt wird... Ich habe exakt gewusst. Ich bin raus, wo du... zu bleiben, ... überreden, ... Das ist für heute. Marsha... Jetzt ver... Ich vermurkst. ist deine. Was auch immer... Was, was du tun wirst, wird funktionieren. Denn ganz am Ende... sind wir auf dieser Wiese, sind wir auf dieser Wiese, sind wir auf dieser Wiese zusammen. Ich bin...